Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit über 16 Jahren beteiligt sich nun Deutschland an Unifil. Die Bundeswehr hat über diesen Zeitraum viele libanesische Offiziere und Bootsbesatzungen ausgebildet, hat Küstenraderstationen und dazugehörige Einrichtungen installiert, sowie drei Küstenschutzboote geliefert. Der Kernauftrag, die Unterbindung des Waffenschmuggels von See zu Land, ist seit einigen Jahren den libanesischen Streitkräften übertragen worden. Boardingsverdächtiger Schiffe erfolgen also ausschließlich durch libanesische Kräfte. Das war Ziel dieser Mission und ist zu einem beachtlichen Teil der Verdienst von unseren Männern und Frauen in Uniform. Ihnen gilt unser Dank, Wertschätzung und Respekt. Die deutsche Marine hat im Aufbau der libanesischen Marine über 16 Jahre hinweg hervorragende Arbeit geleistet. Nun ist es jedoch an der Zeit, in unserem nationalen Interesse den Fokus wieder auf die Landesverteidigung zu lenken. Die Anschläge auf deutsche Infrastruktur in der Ostsee vergangenes Jahr sind Beleg genug, um zu erkennen, dass vor der eigenen Haustür Sicherheitslücken bestehen. Eine Regierung, die souverän und im Interesse Deutschlands handelt, die wird also ihr Augenmerk genau auf diesen Missstand lenken. Aber das tun sie ja eben nicht. Die erst letzte Woche veröffentlichte nationale Sicherheitsstrategie macht die wertegeleitete Verirrung noch mal deutlich. Globaler Klimawandel, transatlantisches Bekenntnis und obendrein beschwören sie die EU als geopolitische Akteurin. Immer sind deutsche Interessen mit anderen gleichgesetzt oder gar sogenannten marginalisierten Gruppen und ihrer feministischen Emanzipation untergeordnet. Und nicht zuletzt beabsichtigen sie im indopazifischen Raum mit nicht vorhandenen Säbeln zu rasseln. Diese übermäßige Betonung von Menschenrechtsuniversalismus, von Unterordnungssucht und der offensichtlichen Flucht von nationaler Verantwortung in westliche Provokationspolitik ist symptomatisch für ihr Handeln. Bei ihnen hat es kein Umdenken und keine Zeitenwende gegeben, sondern nur eine Überbestätigung des globalistischen Kurses. Nationale Sicherheit wird Deutschland mit ihrer Strategie sicherlich nicht erlangen, eher die endgültige Zerstreuung und letztendlich Neutralisierung unserer Souveränität. Denn die Realität ist nun mal, dass die Bundeswehr weiterhin nicht verteidigungsfähig ist und unsere Marine auf ein historisches Negativmaß geschrumpft wurde. Unsere Streitkräfte müssen dieses Land endlich wieder verteidigen können im Felde und auch zur See. Vor diesem akuten Notstand und einer selbstverschuldeten sicherheitspolitischen Ohnmacht erscheint eine Verlängerung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an Univiel geradezu grotesk. Die Zeit für ziellose, wohlklingende Präsenzmissionen in aller Welt, ohne Exitstrategie und klaren Nutzen für Deutschland, diese Zeit, meine Damen und Herren, muss endgültig vorbei sein. Die einsatzbedingten Zusatzausgaben für die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an Univiel werden für den Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 voraussichtlich rund 31,6 Millionen Euro betragen. Dieses Geld wäre jedoch bei unserer Truppe deutlich besser aufgehoben, um insbesondere mal die fehlenden Bestände wieder auszugleichen, die durch die Abgabe militärischen Materials an die Ukraine entstanden sind. Und weiterhin wäre es natürlich mal zweckmäßig, wenn wir denn eine verteidigungsfähige Armee haben wollen, leere Munitionsdepots bei der Bundeswehr wieder aufzufüllen. Wir lehnen eine Verlängerung des Univielmandats deshalb im Interesse unserer Soldaten und der tatsächlichen nationalen Sicherheit unseres Landes ab. Denn diese liegt in erster Linie in der Landesverteidigung. Und diesem Imperativ, meine Damen und Herren, haben Sie sich als Verantwortungsträger für Volk und Heer zu beugen. Vielen Dank. Applaus Und Dr. Michael